Herzlich Willkommen allen Freunde! Zurück zu einer weiteren Runde im Mongas. Wir sind schon wieder crewmate. Wir waren heute leider nur einmal im Poster. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Ja, weil es Aron ist. Ich glaube, das ist die letzte Runde. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall wieder hier oben dieses Teilenfeld machen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nehm, zehn. Und da wurde schon... Oh, Leon ist schon wieder. Ich weiß nicht, wer nach rechts gegangen ist. Auf jeden Fall lag gleich hier am Wind und die Person ist gerade in Wind gesprungen. Das war um was Dunkels. Da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Ich bin... Weltmann, warum? Noah, meine ist mit Phoebe abwegegangen. Ja, das will Noah sagen. Oh, das war Simon. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Naja, nee, ich weiß es nicht. Nein, ich bin vorher lang gegangen, aber... Wo warst du denn gerade? Ich war gerade bei Navigation. Navigation, hm hm. Was hast du denn da... Ja? Okay. Dann war es nicht Simon. Und Aron nicht. Oder es sind zwei Imposter. Und die decken sich gegenseitig. Oder das. Oder das. Bei Aron ist mir... Das klang sehr... Das klang sehr... Das klang sehr... Das klang sehr... Das klang sehr unverständlich sein, ja. Ich hab, glaube ich, auch viel über den Vend springen sehen. Ja, tschu... Ich hab nur jemanden in den Vend springen sehen. Oder besser gesagt, ich hab den Vend aufgehen sehen und dann wieder zu. Cool. Das... Okay. Ja, das ist mies. Da hättest du eine Sekunde vorher langen müssen. Ja. Ich war leider gerade am Uploaden. Wie? Warum hast du denn die? Wieder am vorne hochladen? Ja, nee. Mein Text zu meiner Trennung. Okay. Wen voten wir? Ah, du... Ich hab jetzt geskippt. Ich hab auch... Ja, ich bin aber sowas von... Ich hab Simon gewählt. Ich auch. Ja. Dankeschön. Kein Ding. Hab ich. Als Bürgermeister werde ich mir sehr viel vornehmen. Ja. Mach das. Mann, Fenrich 1, jetzt ordentlich. Der spielt wild. Ah, da waren ganz schön viele aber für sie. Doch, Fenrich? Wie soll das denn? Das gibt eine Art Zeichen. Okay. Scheiße, das ärgert mich. So test ich auch. So. Allein nach letzter Runde würdest du mit ihr hören. Ja. Ja, hab ich auch gewusst. Hahaha. Oh, ne. Noa, bleib bloß weg. Noa! Nein! Nein, Noa, bleib weg. Danke. So, wir gehen aber unten her. Oh Gott. Ey, 10. Oh Gott. Sie haben's gesch... Leon, hast du jemanden geschützt? Nee, gut. Gut, nein. Mal gucken. Oh, ah. Da. Ähm. Es sind Aaron und Moritz. Okay. Beide in Electric gewesen. Ich möchte mal eben sagen. Ich bin in Electric reinlaufen. Bin Richtung Reaktor. Moritz läuft mir entgegen. Ich lauf hoch. Seh Aaron direkt neben Moritz Leiche nen Kick machen. Und dann läuft Moritz auch noch schön hoch. Moritz hat ihn umgebracht. Leute, Leute. Erst Aaron. Und dann den lieben Ranger. Wie? Nee, ich. Junge. Es ist Moritz. Darf ich auch was sagen? War das Moritz? Darf ich auch was sagen? Nein, nein. Nur aber mir. Hallo. Ich hab ihn nicht getötet, ja? Und ich bin auch kein Imposter. Ich auch nicht. Du hast ihn getötet, Moritz. Ich bin wirklich kein Imposter. Moritz hat ihn getötet. Ihr seid ein Team. Aaron, halt. Das ist doch scheißegal wer von euch nicht mehr in der Welt hat. Der andere deckt ihn doch. Nein, ich deckte niemanden. Du willst dich gar nicht. Ich sag, Moritz ist es. Oh mein Gott, Alter. Ich sag, Aaron ist es. Gewesen. Ja, das ist beide. Denn ich bin mit Leon zusammen da rein. Dann bin ich wieder rausgegangen. Und dann dachte ich mir, okay, ich hab da oben ne Aufgabe. Dann geh ich da wieder runter. Und dann lag der da tot. So, das ist mein Mal. Beide. So. gut. Moritz, Alarm. Alarm. Ich hab nur auf den Wend gesprungen. Ey, ich mein, ich hab Moritz in Wend gesprungen. Ey, wer von denen ist Moritz? Der schwarze. El-Granger. Mo-El-Kranca. Der ist direkt von mir wieder am Wend gesprungen, ey. Herr aufges floor. Ja, Herr aufges素. Ja. Wollen wir auch wenig Schäfer. Kann ich mich eigentlich komplett verarschen. Der war... Nur... Ich mouth, ich mouth, ich mouth es war nicht Moritz. Was? Was? Ich mouth, das ist noch Moritz. Das war's ja im Moritz, als ob Aaron den wegschlitt und sich dann wieder nen Tag hat. Das granscht, der hilft's. Ich sag's, Knut war auch ein bisschen verdächtig, aber naja. Wisst ihr was, ich sag's einfach, Tobi ist es, ja? Wenn ich tot bin, ja, dann will ich, dass ihr ihn tötet, ja? Bitte, bitte, bitte. Wer ist Tobi, Leute? Wer ist Tobi? Ja, Fähnrich. Ich hab gesagt, gut, aber ich hab also... Boah, die sind so lost. Ja, Alter, das ist nicht mehr wahr, was hier passiert. Das ist ja richtig belastend. Sorry, ich mach auch keine Tasks. Ich auch nicht, ich... Hab ich gar keinen Bock dran. Ich hab echt auch gar keinen Bock dran. Moritz, es tut mir leid, dass ich dich rufe. Wo ist denn Simon? Da ist er. Wer ist denn der andere? Simon. Aaron und Simon. Naja, ich hab jetzt Fähnrich beschuldigt, weil der mich rausgewordet hat. Und Vögel tot. Ah, ne, doch nicht. Er traut sich nicht. Ach, da. Ich muss sagen, ich... Es ist immer unlucky timing bei mir. Du gehst mir auf den Sack langsam. Ja. Ach, da. Ach, da. Ich hör mir mal eben die Diskussion an. Du zeigst mir das, aber wolltest du nicht, Leute. Er verarscht uns. Er kann's uns nicht beweisen. Ich kann's euch... Herr... Nein, natürlich. Ich hab keine Ahnung. Weißt du, was ich dir nicht zeigen wollte, weil ich dir absolut nicht vertraue, Tobi. Ich kann gleich gerne dahin gehen. Jetzt geht mir jetzt... Ich auch nicht. Ich hab schon geskippt, Alter. Wir können in den MedRoom gehen und ich darf nicht scannen. Das Ding ist, Tars machen ist sinnvoll wie ihr. Ja, komm. Ich geh jetzt kurz die Tars einfach da machen. Und dann seht ihr, dass ich... Keine Impostor bin. Eier, ist peinlich, Alter. Nee. Einfach nur lost, Leute. Ja, ich wollte eigentlich über mein Buch reden, was ich zur Zeit lese. Aber ich denke, die Runde ist jetzt gleich vorbei, dann... Das wollt ihr eigentlich machen, wenn ich früh rausfliege. Ups. Machen wir das das nächste Mal oder so. Ich hab... Ich hab Dings verloren. Ich hab Simon verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist Simon. Mann, ey. Immer ich? Wieso? Naja, egal. Ich hab... Hab ich eine neue Serie angefangen? Ich glaub nicht. Ich hab momentan keine Serie, die ich schaue. Das ist bisschen traurig für mich. Denn... Ich liebe ja Serien. Aber momentan ist nichts draußen für mich. Es kommt jetzt diese Woche... Äh... Also ne... Ja. Also die Staffel ist jetzt draußen. Baby... Baby Staffel 3, glaub ich. Da freu ich mich sehr drauf. Dann kommt doch... Dann ist ein Film jetzt draußen mit Tom Holland und Robert Pattinson. Den wollte ich mir auch mal anschauen. Und... Ja. Was machen die dann? Die machen ja irgendwie nichts. Das hat Simon nicht... Ah, Simon hat sich eingesperrt. Haha. Haha. Ist es Simon? Ich glaub es ist Simon, ja. Ich rüber bei mir, Trier bei mir, Simon war nicht bei mir. Warum? Ja, ich bin nicht bei mir. Ja, ich bin nicht bei mir. Der Wartner ist ja auch eben schon zu Spektrum gelaufen. Wir wollten zum Reaktor. Und Simon hat da schon auf uns gewartet. Und vor allem der einzige, der gerade nicht bei mir war, war Simon. Und... Also Knut ist safe. Ja, ist... Hast du schon gewartet? Hüpfen geworfen? Ja... Ich hab doch... Ich hab ja einen Admin gerade. Ich hab doch einen Admin. Denk mir so... Aha. Da wird das jetzt eine. Ein Legical. Wenn du... Wenn du Postal bist, bist du ein bisschen aufgeregter, Marco. Stimmt schon? Ja. Die Runde geht auf meine Kappe. Danke, dass ihr mich rausgevortet habt. Als ob Moritz... Als ob du es nicht warst. Ja, ich war's nicht. Sag es doch. Henrich 1. Genauso lost. Ja. Seh ich auch so. Ähm... Aber ich dachte... Ich dachte... Der Tanker wäre schon seit ein paar Sekunden tot. Ja, über... Lass das denken und über den Pferd. Die haben größeres Gehirn. Nee, nee, nee. Ich bin jetzt weg. So. Und mit den Worten beenden wir den Part. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, Alcamito. Haut rein und ciao.